Naja, gut. Besser als nix, beschweren wir uns mal nicht. So, warte mal, drei, zwei, eins. Und damit, hallo und herzlich willkommen, falls das bei YouTube kommt, zu webt oder ab ins Netz, wie es offensichtlich jetzt auf Deutsch heißt. Ja, ich habe vorhin schon mal reingeguckt ein bisschen, aber wir machen, wir starten ein neues Spiel. Wir löschen, warte mal, ja, möchte ich. Die Entwickler dieses Spiels erkennen die Völker der Jagera, Turbulen und Gubi Gubi als die traditionellen Eigentümer des Landes an. Was? Gubi Gubi. So, dann schauen wir mal, ist das nicht süß? Komm, ist doch süß hier, wir sind eine Spinne, guck mal hier. Kuh halten, um zu tanzen. Oh, ja, guck mal hier. Scheiße. Oh, wie süß. Achso. Guck mal, wie süß das ist. Ja, hurra, hurra, hurra. Was, äh, um mit dem Netz zu ziehen und dann halten und festzukleben. Hui, oh Gott. Warte mal, kann ich hier irgendwie? Hui, aua. Hallo. Ach, verdammt. Hui. Oh, aua. Ich glaube, das war ein bisschen zu weit. Ah. Visiere eine Stelle an und halte, um ein Netz zu weben. Warte mal, ich visiere mal einen Moment. Ziele nun auf eine zweite Stelle und lasse los. Was? Okay. Visiere nicht an und halte. Haben wir da gerade die Macht, oder nicht? Hä? Okay, warte mal. Da? Nee, okay, das geht nicht. Da? Ah. Ich glaube, das war damit gemeint, wa? Ah. Oh, das ist ja cool. Da kann die echt da hochkrabbeln. Wie geil ist das denn? Was ist hier? Ah, guck mal. Unsere Freunde, wir sind schon im Netz. Entschuldigen Sie, ich kann sie nicht hören. Ich habe kein Netz. Yay. Hurra. Yay. Das ist nicht gut. Oh, was? Was? Wie? Hau ab, verschwinde. Geh weg, geh weg. Hildegard. Hildegard. Der hat Hildegard entführt. Hildegard. Die Spinne mit den Lasern. Hey, Buddy. Es tut mir so leid. Ich habe gesehen, was mit deinem Freund passiert ist. Dieser fiese, große Vogel terrorisiert das Land unter seiner Himmelslaufe schon seit Jahren. Er hat viele meiner Geschwister verschlungen. Aber mit deinem Schatz hat er wohl etwas ganz Besonderes vor. Was? Es ist so, dass dieser Vogel gern blaue Juwelen sammelt. Und dein Geliebter hat die glänzendste blaue Farbe, die ich je gesehen habe. Hm. Schau bei meinem alten Nest vorbei, Buddy. Ich habe vielleicht eine Idee. Nun, dieser große Knollseide sieht vielleicht nicht danach aus, aber eine Zeit lang war das mein Zuhause. Die Ameisen von unten haben mir von ihrem waghalsigen Plan erzählt, im Zuge ihrer Verteidigung ein Luftschiff daraus zu machen. Bisher habe ich nicht zugestimmt, aber vielleicht brauchen wir gerade jetzt ein bisschen Wagemut. Wenn du ihnen beim Bau dieses Luftschiffs hilfst, könnte es dich zur Himmelslaube und zu deinem Freund bringen. Du brauchst natürlich Treibstoff. Geh doch mal zu den Mistkäfern auf dem Hügel dort. Natürlich ist dein Lotse bei so einem Abenteuer unerlässlich. Vielleicht deine Biene? Die kennen den Himmel am besten. Ja, das ist ein guter Plan. Also los, Buddy. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Mach dich auf den Weg. Finde Freunde und rette deine Liebe. Hui. 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 Warte mal. Hui. Oh. Hui. Kann ich da hochklettern? Nee, natürlich nicht. Huh. Und. Hallo. Hui. Ups. Hildegard. Hildegard. Ich vermisse dich. Hildegard. Mann. Ich habe auch doof gemacht hier. Du sollst Q und dann W und A. boing, 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 boing. So ähnlich wabbelt das auch, wenn ich auf meinen Bauch drauf haue. Boing, 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 boing. So, aber jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Also, Tab hat er gesagt, ist auf jeden Fall schon mal eine Aufgabe. Ach, du ahnst das nicht. To-Do-Liste. Hol dir die Hilfe der Ameisen. Finde Treibstoff. Befreunde dich mit einem Lotsen. Ah, man kann Sticker auch finden. So, ich bin jetzt hier in dem... Was? Was habe ich getan? Ah, okay. Ach, das sind diese Punkte hier. Mit dem kann ich das... Alles klar. Hallöchen Juli. Julchen. So, warte mal. Hui. Hui. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt hier runtergehe? Hups. Au. Äh, warte mal, das war mit 1, ne? Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Achso. Stimmt, ich kann ja springen. Ich vergaß, ich kann ja springen. So, warte mal, hier komme ich... Okay, hier komme ich nicht weiter hoch. Was? Probleme? Das ist ja unfassbar. Aber lass mal, ich habe mit Twitch heute auch Probleme gehabt. Ich musste mein Passwort wieder zurücksetzen und mich hier wieder einloggen und da wieder einloggen. Oh, hallo. Wer sind wir denn? Oh, hast du hier zufällig kleine Spindel gesehen? Der große Vogel ist vorbeigeflogen und hat meine Babys erschreckt. Jetzt sind sie im ganzen Wald verteilt. Ah, das ist eine Frau. Bitte, bring sie zu mir zurück, wenn du sie findest. Sie sind noch zu klein, um sich alleine durchzuschlagen. Bringe die Babys der Wolfsspinne zurück. 40 Stück? Ja, okay. So, warte, jetzt muss ich noch ein ganzes Gucken hier. Ich glaube, hier muss ich runter für die Ameisen. Jawohl. Sei gegrüßt, Genossenspinne. Wie ich höre, hast du Probleme, die einer Ameisenlösung bedürfen? Wir würden dir gerne helfen, aber wir erholen uns noch vom jüngsten Überfall der Feuerameisen. Die Arbeiterinnen könnten da unten wirklich Hilfe gebrauchen, falls du Zeit hast. Sprich mit Genossin Karl in der Robomeisenkammer. Sie kann dir Arbeit geben. Okay, ja, mach ich gleich, aber ich will erst mal gucken, ob das hier noch irgendwo hingeht. Hui. Hui, was denn? Huch, bleib hier. Ach, das war ein Spinnenbaby. Hui. Warte mal. Und. Hui. Da ist ja noch eins. Warte, warte, warte. Da ist noch eins. Hallöchen. Huch. Ja gut, ich bin jetzt nun nicht der ausgewiesene Spinnenexperte. Deswegen. Ist das ganz interessant zu sehen. So. Aua. Horror. Guck, geht es hier noch irgendwo hin? So. Ach, jetzt hab... Ach, guck mal. Jetzt klickt dann die auf mir rum. Dööö. So. So. Oh. Das ist ja interessant. So. Hupala. So. Guck mal, da haben wir... Siehst du, da haben wir schon wieder das nächste Baby. Okay. Guck, geht es hier sonst noch höher irgendwo? Jawoll. Huh. Huh. Hui. Ah. Okay. Aua. Okay, warte mal. Ich muss auf jeden Fall viel öfter... Also, ich muss auf jeden Fall viel öfter... Spinnennetze mal machen. So, warte mal. Zack. Guck mal, erst mal kurz her hier. Mhm. So, warte mal. Wenn ich jetzt von hier... Nee, warte mal. So war das, ne? So. Zack. Achso, Quatsch. Von hier... Nach hier... Na, hier. Warte. Geil, macht ja Musik. So, warte mal. Dann machen wir mal von... Hier... Nach da. Mal gucken, guck. Da geht es nach da oben. Und dann spießen wir mal von hier nach da. So, haben wir schon mal ein paar. Auf jeden Fall... So, geht es hier... Ah, hier geht es ja auch noch weiter. Huch. So, warte mal von da. Schießen wir mal nach da eins. Hoppala. Hoppila. Du bist müde? Das ist ja nicht so schön. Boing. Wupp. So, dann schießen wir von hier nach da. Und von hier nach da. So, dann schauen wir mal. So. Guck, hier geht es auch noch. Oh, shit. Hier geht es auch noch. Achso, ne, da waren wir schon. Mal runterklettern, aber... Au. Ja, okay. Das war jetzt... Das war jetzt in der Tat. Nein, nun komm. So, da. Und da. So, dann möchte ich gerne von hier nach... Da bitte einmal. Kann ich vielleicht auch von hier nach hier. Hier, ich glaube, das... Sollte... Hätte theoretisch einfacher sein können. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Hey, kleine Spinne. Ich habe eine Aufgabe für dich. Na, was hast du denn? Die Königin macht eine neue Prinzessin für einen brandneuen Stock. Für eine neue Prinzessin braucht sie Gelee Royale. Und dafür braucht sie Pollen. Nein, ich weiß nicht, was ich hier tue. Nur bester Pollen von rosa Orchideen. 20 Körner sollten reichen. Wenn du den zum Kronendach bringst, wäre sie sicher dankbar. Na, komm. Ja, okay. Das, ähm... Das klingt nach einem Plan. So. Entschuldigung. Ach, da ist ja... Guck mal, da ist ja schon die Orchidee. So. So. Lo, 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 lo. Ach so. Ach, du ahnst das nicht. Okay, warte mal. So. Wo geht's denn hier lang? Offensichtlich geht's hier nirgendwo lang. So, mal gucken. Lo, 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 lo. Zwei. Äh, nicht hier drunter fallen hier. So. Okay. Aha. Drei? Geht's hier noch irgendwo weiter hoch? Oh. Was ist das denn? Oh, warte mal. F. Kronendach 5000 Zentimeter. Okay. Ach, der sagt mir, dass es da nach oben geht. Verstehe. Okay, warte mal. Von da nach da. Noch da oben. Ach so. Oh, pfu. Hurra. So. Alter, 20 Stück. Das ist ja ein Spinnengewürr hier. So, von hier bitte einmal nach da. Mit den Ameisen. Na, wir müssen ja jetzt verschiedene Aufgaben erledigen. Also, wir müssen jetzt quasi meine Freundin retten. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. So, genau. Und dazu brauchen wir, ich weiß ja nicht, wir waren am Anfang jetzt noch nicht dabei. Wir müssen hier dieses Gehäuse, was hier ist, quasi für den Angriff benutzen. Und dazu brauchen wir Hilfe von den Ameisen und von den Bienen. Mal gucken. Ich glaube, hier stand das irgendwo. Hier, hol die Hilfe der Ameisen. Finde Treibstoff. Befreunde dich mit den Lotsen. Jetzt haust du aber die Punkte raus, wa? Der Robo-Eisen kann man bringen. Bringe der Königin 20 Pollen. Guck, guck ich hier noch. Ach da. So, zack. Hey, schreck mich doch nicht so. Ah, warte mal. Von hier aus. Nach da. So. Da haben wir jetzt schon eine fünfte Pollen. So, jetzt mal gucken. Wir wandern hier nach... Da. Ach so. Okay, Moment. Ich würde gerne von hier bitte einmal nach... Da. Haha. Ups. Na. So, warte mal. Zack. So, von hier nach... Da bitte. So, komme ich hier noch irgendwie hoch? Nee, wa? Oh. Oh. Ach, du ahnst das nicht. Das ist ja noch mal... Ah, okay. Ich verstehe. Ja. Komm. Ah, ich glaube, ich kann eine Fliege fressen, wa? Ich habe die Fliege gefressen. Ich habe die Fliege auch gerade so. Aber... Okay, warte mal. Wenn ich jetzt, sage ich mal, von... Hier... An den Knotenpunkt... Der Sound passt voll. Ach, guck mal. Da ist ja die nächste schon. Ja, äh... Schlafi. Hi. Ich bin da. Außerdem, ja? Steht in meinem Streamplan drinne. Den man natürlich unten... Äh, auf meinem Profil verlinkt sieht. Ich sag's ja nur. Und außerdem musste ich erstmal meinen... Mein Sieg heute auskosten bei dir. So, warte mal kurz. Dann gucken wir mal. Zack. Guck ich da jetzt irgendwie hoch? Von hier nach da. Und von... Gut, das war so jetzt nicht der Plan. Aber akzeptieren wir. Dankeschön für dein... Abonnement, Anna. Warum das jetzt schon wieder nicht funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Aber das ist ja nichts Neues, dass bei mir mal ausnahmsweise... die Technik nicht funktioniert. So. So, zack. Da haben wir schon die nächste Polle wieder. Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, geht's hier nicht weiter, oder? Huppala. Oh Gott. Das war gefährlich. Hua. Sieben. Gibt's denn hier noch? Okay, warte mal. Ich... Äh, da. Machen wir mal den hier. So, weil den müssen wir nämlich auch mal kaputt schießen. Hurra. Ah, da geht's ja noch weiter nach oben. Alles klar. Jetzt bräuchte ich hier auch eine Spinne. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen. Weil gefühlt... Gefühlt ist heute irgendwie alles da draußen, was irgendwie Lärm macht. Moment. Ist aber auch nicht weiter. Wichtig so. Warte mal. Festklimit. Kevin-Liebe, ja. Auch Kevins müssen geliebt werden. So, dann von... Huppala. Oh, gucke mal. So, so. Geschwister kommen zusammen. Okay, warte mal. Da ist gefährlich. Hoppla. Von wem letzten Endes? Ey. Was soll denn dat jetzt? Oh, jetzt ist Bibi weg. Au. Au. Wo bin ich denn jetzt hier landet wieder? Oh nein. Ach, schön. Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen hier umherspinnen. So. 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 Warte mal kurz. Kann ich... Okay, warte mal, kann ich von hier irgendwas nach oben? Nee, geht natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, dass das nicht geht.